Anstellung. Juhu, geschafft. Wo? Ein Just-a-Momento-Laden. Blumento-Pferde. Ja, den können wir doch, den könnten wir doch. Hier ist breiter, ne? Dann lass uns den mal da hinsetzen. Einrichtungen. Just-a-Momento-Laden. Da. Merchandise. Sowas hier. Dann drehen wir den. Drehen den nochmal schön. So, das muss ja alles akkurat sein. So, ein bisschen hier rüber noch. Damit die Dächer nicht aneinanderstoßen. Ein Stück nach hinten. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Und schmeißen wir die Steine einfach weg, wa? Ich lasse mir doch von einem Stein nicht sagen, wo ich meinen Momento-Laden hinbaue. So. Kann man das eventuell mal ein bisschen kleiner machen? Ja, tatsächlich. So. Jetzt drehen wir den ganzen Rotz nochmal. Und, ähm... Irgendwie klappt das gerade. Nicht so richtig. Müssen wir nach da? Nein, ich würde gerne nach da. Ihr merkt, ne? Irgendwas, äh... Gut, der soll hier hin. Da kann ich mich jetzt drehen und wenden, wie ich will. Der soll hier hin. Darf ich auch nicht? Ja, ist bestimmt so beabsichtigt. Ich hasse das ja, ne? Wenn gewisse Dinge einfach nicht funktionieren und du weißt nicht warum. Ungültige Rotation. Ja, ja, natürlich. Weiß irgendjemand, was ich gerade falsch mache? Ich meine... Sinnvoll wär's hier. Alles klar. Ich bin dann mal einen Moment weg. Aber ich werde sicher bald neue Aufgaben für dich haben. Ja, ich hätte da welche. Pandas sind wirklich putzig. Aber es sind eben auch wilde Bären. Ja. Das vergessen die Leute leider immer wieder. Mhm. Der neue Name für den Souvenirladen? Just a momento. Wirklich sehr einfallsreich. Viel besser als der alte Name. Überteuerte Souvenirs. Ich bin für ehrliche Werbung, aber... Das war wohl doch etwas zu direkt. Das denke ich auch. Und da bin ich wieder. Schön. Ich hätte gerne mehr Arten im Zoo. Im Zoobereich siehst du unter Tiere, welche Arten wir bereits im Zoo haben. Und falls du dich fragst, wie du neue Arten unterbringen sollst, gemischte Gehege sind nicht nur interessant, sondern sparen auch noch jede Menge Platz. Und machen das Gehege interessant. Alles klar. Wirf aber vorher einen Blick in die Zopenia, damit du weißt, welche Tiere man zusammenhalten kann. Löwen und Antilopen sollten zum Beispiel besser nicht in ein Gehege. Warum? Wir müssen halt nur genug Antilopen nachschieben, nicht? Oder die Antilopen lernen zu kämpfen, dann müssen wir mehr Löwen nachschieben. Das kommt immer drauf an. Was aber immer geht, ist weißer Hai und Otter. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. So. Hier ist was los. Veterinärforschung abgeschlossen. Danke sehr. Weiter. Was haben wir denn? Großen Panda. Können wir da nicht hier... Tony Persley kann doch für die Pandas ein bisschen was machen. Was haben wir denn noch? Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal hier... Schildkröten, Herpes oder Rotz. Das kennen wir ja noch. Affenpocken. Ach, Niklas, wir kennen solche Krankheiten. Laufen wir öfters mit rum. Wer sich jetzt fragt... Hä? Ganz einfach. Fallout 76. Einmal Livestream. Beinahe mittlerweile jeden Samstag. Und natürlich auch als Let's Play auf dem YouTube-Kanal. Komm, wir hatten Vorschläscher-Schildkröten. So viel Zeit muss sein. Ähm, also, wir sollen jetzt, ähm, drei weitere Tiere hier reinbringen. Alles klar. Jetzt müssen wir hier zum Beispiel... Ähm... Freilassen jetzt nicht unbedingt. Aber wo haben wir denn... Können wir von hier auch in die... Sympedia? Ja, nee, ne? Wir können also da hin. Dann haben wir die Schildkröte. Hier können wir in das Sympedia. Wo war das nochmal? Nicht Gelände. Zuchtbuch auch nicht. Genetik. Partnervergleich. Nein. Wo war denn da nochmal? Zuchtbuch. Äh, da. Zopedia-Karte. Afrika. Minimale, ne? Grad 1. Das ist alles schön. Das kriegen wir hier raus. Arten-Daten. Gäste können Gehege betreten. Alles klar. Äh, Gruppengrößen. Dominanz. Paarungsverhalten. Ich meine aber schon irgendwo gelesen zu haben... Äh, wo war denn... Wo stand denn nochmal, dass andere damit rein können? Gefährdet. Wo war denn das nochmal? Also, Käste können... Das ist ja eher für... Äh, du könntest so ein Streichelzoo machen, ne? Schildkröten streicheln. Wer kennt das nicht? Macht ja Spaß. Aber wo war nochmal... Die Information kann mit anderen zusammen. Ich würde ja zum Beispiel auch was bei der Lebensqualität mal machen, aber... Guck mal hier. Das arme Tier. Kann man das nicht mal eben ändern? Das tut mir so leid. Vielleicht machen wir mal die Größe ein bisschen kleiner. Die Stärke ein bisschen runter. Dann machen wir hier zum Beispiel... Sand. Haben wir hier nicht gerade irgendwo Sand? Sand hat er jetzt genug? Und äh, was will er? Gras lang will er haben. So. Guck mal, das ist doch viel besser für das Tier. Aber dass so kleine Änderungen schon ausreichen, ne? Das verwundert mich ein bisschen. So, guck mal hier. So, Lebensqualität, Beschäftigung. Das hatten wir hier. Kräuter, Witterungsmarke. Er braucht noch ein bisschen was. Ähm... Gehege. Lebensqualität. Aber nicht großer Panda, sondern irgendwas mit Schildkröte. Was war das für eine? Alabra Riesenschildkröte. Alabra Riesenschildkröte. So. Sie hat einen Sprinkler. Na, dann... Ball? Ist ja eine Schildkröte, kriegt sie einen Hundeball. Ne? Klumpen aus gefrorenen Früchten. Hier in die Wüste. Ähm... Einen Sprinkler hat sie auch schon. Hier noch einen Ball hin. Ja, den hat sie, den kleinen Ball, den hat sie gewollt, siehst du? So. Und dann geht's hier doch gut. Können wir da jetzt nicht noch eine andere Schildkrötenart reinbauen? Vielleicht ist das nicht so schlau, aber... Ich bin in dem Fenster. Ich bin in dem Fenster. Veterinärforschung abgeschlossen. Was haben wir denn? Weiter. Was haben wir denn geschenkt bekommen? Ihr Flamingos, die sind ja auch oft mit anderen Dingen zusammen, oder? Gehege, noch irgendwas? Ja, aber insgesamt scheint der Schildkröte ja ganz gut zu gehen, ne? Also Gehege macht einen guten Eindruck. Wir brauchen mal eben eine Schildkröte. Wo ist denn hier eine Schildkröte? Bisschen klein, das Gehege, oder? Wie haben die das denn aufgebaut? Also die haben da so ein Riesenhaus hingebaut, alles klar. Der Ball ist abschüssig, das ist auch gut. So. Also der Schildkröte haben wir auf jeden Fall schon mal geholfen. Die ist sehr zufrieden. Da haben wir doch schon mal eine gute Tat gemacht. Die Frage ist jetzt also nochmal. Wo kann man eventuell gucken, ob die zusammen sind? Sagt er im Zoopedia. Dominanz keine. Dominanz keine. Das heißt, hier könnte ja theoretisch auch noch was rein. Die Frage ist nur was. Bonobo. Promiskutiv, matriarchalisch. Da sollten keine Gäste rein. Aber wo steht das? Kletterschutz. Alles klar. Also das ist schon durchaus interessant hier. Affenfutter. Magerquark. Gutes Affenfutter ist Magerquark. Der große Panda-Bär. Da sollte keine Gäste rein. Kann ich verstehen. Auch keine Dominanz. Dann legen wir doch einfach einen neuen... Oder hier so ein Riesenskorpion da mit rein. Da kann doch nichts schief gehen, oder? Tier hat Essen von Gästen gefressen. Ja, die Meldung hatte ich letztens auch. Ich weiß aber nicht... nichts damit anzufangen. Was ist denn jetzt meine Handlungsanweisung? Also ungeachtet dessen, dass der jetzt ein Ernährungsproblem hat. Kann ein Tierarzt rufen. Ich kann das Ding verlegen in... Quarantäne. Hier, das war die Quarantäne, ne? So. Damit wir das Viech erstmal in Quarantäne bekommen. Aber... Ich weiß nicht, was diese Meldung sonst noch so... bedeutet. Hier konnte man doch auch irgendwo Punkte sammeln, oder nicht? Oder geht das im Tutorial auch nicht? So, die Meldung haben wir jetzt erstmal. Halt in deinem Zoo mindestens 18 Tierarten. Gut, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Wir können die zusammenpacken, ne? Im Gehege. Oder wir... Das ist immer schön, wenn man nicht weiß, was nicht. Tiermarkt nicht Zoo. So, was haben wir denn? Die Riesenschildkröten. Aber das ist so klein, das Gehege. Da kann ich ja nicht noch eine Schildkrötenart reinpacken. So, hier zum Beispiel waren die Krokodilen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es da vielleicht nicht so schlau ist, ähm... noch irgendwas reinzupacken, oder? So, der will zum Beispiel mehr Sand haben. So, und weniger Fels.